Es gibt einige wichtige Dinge, den E-Sports zu klären. Es ist noch eine junge Industrie. Wer sind die, die jetzt von Anfang an dabei sind und wer baut dieses Ökosystem auf? Man schaut immer auf den Markt, welche Spieler sind gerade interessant, welche kommen hoch. Es gibt halt Spieler, die sagen, okay, jetzt kann ich davon leben. Und die wenigen Spieler gewinnen dann irgendwann was. Wenn man sich reinhängt, dann kann man alles erreichen. Das Ding ist auch, ich spiele in einem reinen Frauenteam und wir spielen hauptsächlich Frauenlieben. Das hat schon Vor- und Nachteile. Ich kann jetzt nicht davon leben. Ich mache es trotzdem professionell in der Hinsicht, dass ich trainiere, dass ich mich professionell verhalte. Wir haben unsere ersten Events in Kinos gemacht. In Berlin und Kubikskino am Alexanderplatz. Da waren 300 Leute. Da haben wir das erste FIFA Event gemacht. Das war eine geile Atmosphäre. Das war ein super Offenbar. Es wird für jeden Sponsor das passende dabei sein. Es geht nur darum, dass ich es dann auch richtig auf den Sponsor zuschneide. Ich finde Streaming ist, was eSports und Gaming betrifft, die wichtigste Plattform. Trainingsregulation über Ausgleichssport, über Kommunikationstraining. 30.000 Zuseher beim Stream sind wichtig. 30.000 Zuseher beim Fernsehen. Ich kann aber sagen, das sind alles höfliche Leute. Ein Marketingverantwortlicher, egal welchen Alters, der auch nur annähernd diese Zielgruppe erreichen will und der sich neuen Trends widmet, der kommt an dem Thema nicht vorbei. Da muss man sich damit beschäftigen, da gibt es keine Ausrede. Achtung. 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 Achtung.